Es gibt eine neue Preset-Toolbox für Lightroom und mit dieser Preset-Toolbox kannst du in unter einer Minute deine Bilder bearbeiten, wenn du ein bisschen geübt bist. Sie hat viele neue Funktionen, die ganzen KI-Masken von Lightroom sind dort mit dabei. Ich stelle sie dir jetzt genau vor. Viel Spaß! Erst einmal vielen, vielen Dank für den ganzen Zuspruch, den ich bekommen habe auf mein letztes Video, wo ich dir die Lightroom-Formel vorgestellt habe und dir auch den Download-Link gegeben habe zu dem kostenlosen E-Book. Falls du das verpasst hast, schau dir das letzte Video mal genauer an und einmal den Link hier unten folgen. Dort kriegst du ein 80-seitiges PDF-E-Book kostenlos. Du musst dich nur einmal in den Newsletter eintragen. Das erste Link in der Videobeschreibung und dort kannst du dir die Lightroom-Formel genauer anschauen. Dort gibt es nämlich sechs Schritte zu deinem perfekten Bild in Lightroom und das funktioniert in jedem Bild. Heute möchte ich dir die Preset-Toolbox 2.0 vorstellen. Ich hatte ja schon mal eine Preset-Toolbox rausgebracht vor drei Jahren. Jetzt ist eine neue Version da, weil Lightroom hat sich natürlich auch stark weiterentwickelt. Besonders die Masken-Funktionen sind sehr viel krasser geworden und das soll natürlich auch in der neuen Preset-Toolbox dargestellt werden. Und von daher gibt es die jetzt mit über 80 Presets, die man miteinander kombinieren kann, was die über eine Million Möglichkeiten gibt. Und ich möchte dir in diesem Video jetzt mal die Preset-Toolbox etwas genauer vorstellen und dir zeigen, wie man damit arbeiten kann. Denn sie baut auch auf der Lightroom-Formel auf. Das heißt, Lightroom-Formel, Preset-Toolbox arbeiten Hand in Hand miteinander. Und das zeige ich dir jetzt alles an diesem Bild hier aus Island. Viel Spaß! Ich habe jetzt hier Lightroom offen mit einem Bild aus Island, was ich gemacht habe, erst Ende letzten Jahres. Und das möchte ich jetzt mit dir gemeinsam mal mit der Preset-Toolbox bearbeiten. Du siehst jetzt hier auf der linken Seite unter Presets, da habe ich die Preset-Toolbox 2.0 Lightroom-System geöffnet. Und hier siehst du auch, dass wir wirklich sehr viele einzelne Presets haben, die wir dann miteinander kombinieren können. Das Ganze ist so aufgebaut, dass ich hier einmal die Lightroom-Formel als 6-Schritte-Programm mit drin habe. Das heißt, Schritt 1, Belichtung. Schritt 2 sind dann die Farben. Schritt 3, Dodge & Burn. Schritt 4, Schärfen. Schritt 5 ist der persönliche Look. Und Schritt 6 ist der Final Touch. Die Preset-Toolbox ist so aufgebaut, dass wir alle Mini-Presets, nenne ich sie jetzt mal, miteinander kombinieren können. Wir haben natürlich zum Beispiel hier Mitteltöne aufhellen, Mitteltöne abdunkeln. Das würde sich jetzt gegenseitig wieder aufheben, aber grundsätzlich kannst du ansonsten zum Beispiel die Mitteltöne aufhellen, die Lichter abdunkeln, die Schatten aufhellen. All das funktioniert und kannst du nacheinander anklicken. Das Schöne ist jetzt dabei auch noch, und damit fange ich jetzt hier mal an, ich werde jetzt hier mal die Lichter abdunkeln zum Beispiel. Ich kann jetzt jederzeit hier noch die Stärke dieses Effekts einstellen. Das heißt, ich kann das bis auf 200% stellen oder auch auf 0%. Und je nachdem, wie deutlich die Lichter abdunkeln möchte, kann ich das jetzt hier entsprechend noch ein bisschen verstärken. In dem Fall stelle ich jetzt hier mal so auf 110%. Und als nächstes möchte ich die Schatten aufhellen, damit ich hier auch den Vordergrund noch ein bisschen heller bekomme. Und auch das könnte ich jetzt hier wieder in der Stärke natürlich noch einstellen. In meinem Fall passen die 100% jetzt hier an dieser Stelle ziemlich gut. Und dann habe ich aber auch noch kleine Presets. Da steht dann ein Sternchen lokal noch dahinter. Das bedeutet, dass in diesem Fall das Ganze nicht als Gesamt-Preset hier einmal draufgelegt wird, als globale Bearbeitung, sondern da wird eine Maske erstellt. Und das bedeutet natürlich, dass wir die kombinieren können, wie wir wollen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte den Himmel einmal abdunkeln. Dann wird jetzt hier entsprechend eine Maske erstellt. Himmel abdunkeln. Und in dieser Maske dann selber sind auch entsprechend wieder Einstellungen drin. Jetzt könnte ich aber sagen, ich möchte gleichzeitig noch den Himmel mit einem Verlauf nochmal abdunkeln. Dann wird jetzt hier noch eine zweite Maske erstellt. Himmel verlauf abdunkeln. Und die werden quasi übereinander gepackt. Also gerade diese lokalen Presets kann man sowieso immer miteinander kombinieren. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel auch nur den Vordergrund aufhellen oder den Vordergrund auch abdunkeln. Also alles außerhalb des Himmels. Das ist natürlich hier wieder möglich. Dann gehe ich mal wieder in die normale Bearbeitung hier rein. Und als nächstes möchte ich zum Beispiel noch etwas Kontrast aufbauen. Hier habe ich einmal die Möglichkeit Kontrast generell aufbauen. Heller Kontrast oder dunkler Kontrast. Mir gefällt dunkler Kontrast hier sehr gut. Nur wir sehen jetzt an dem Histogramm hier auch wieder, das Ganze ist ein bisschen stark geworden. Deswegen stelle ich jetzt die Stärke hier mal zurück auf ungefähr 30%. Und das sieht auch schon mal ganz gut aus. Sogar noch ein bisschen heller Kontrast vielleicht mit dazu. Auch hier das Ganze von der Stärke ein bisschen weniger. So auf ungefähr 50%. Perfekt. Und jetzt haben wir hier schon ein sehr schönes Bild, was sehr gut belichtet ist. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Und jetzt können wir uns als nächstes um die Farben kümmern. Und hier habe ich als erstes mal 10 verschiedene Weißabgleiche, aus denen ich wählen kann. Da kann ich mal so ein bisschen durchgehen. Die sind auch so sortiert, dass sie von sehr bläulich, also von sehr kalt, von sehr kühl nach immer wärmer gehen. Also da kannst du dann auch dich so ein bisschen dran orientieren. Ich finde Weißabgleich 3 in dem Fall schon mal ganz gut oder Weißabgleich 4. Ich glaube, Weißabgleich 3 ist hier ein bisschen besser. Und auch das habe ich jetzt hier mit einem Klick eingestellt. Jetzt könnte ich zum Beispiel nur den Himmel noch ein bisschen wärmer machen. Oder den Vordergrund ein bisschen wärmer. Oder kühler. Je nachdem. Ich finde, dass man den Vordergrund hier vielleicht noch ein bisschen wärmer gestalten könnte. Deswegen klicken wir jetzt hier einmal wieder drauf. Und schon haben wir auch den Vordergrund ein bisschen wärmer gemacht. Unter Dodge & Burn, da werde ich jetzt hier auf jeden Fall mal eine Vignette noch erstellen. Einmal außen herum abdunkeln und innen etwas aufhellen, dass wir den Bildmittelpunkt hier noch etwas mehr betonen. Dort, wo auch der Blick dann hinwandern soll. Ansonsten, klassisches Dodge & Burn mache ich jetzt an diesem Bild jetzt hier erstmal nicht. Ich werde im vierten Schritt das Bild ein bisschen schärfen. Dafür gebe ich eine mittlere Schärfe mit dazu. Und unter Schritt 5 könnte ich jetzt im Look hier mal noch gucken. Ich glaube, hier nehme ich mal warme Lichter und kalte Schatten. Da gibt es auch noch zwei Varianten von. In dem Fall mag ich Variante 1 ein bisschen lieber. Und jetzt könnte ich zum Beispiel noch gucken, möchte ich meine Lichter noch ein bisschen wärmer machen. Möchte ich jetzt in dem Fall aber nicht. Oder die Schatten vielleicht auch ein bisschen wärmer noch. Ja, das könnte man vielleicht sogar noch machen. Aber auch hier die Stärke wieder ein bisschen zurückstellen. So auf ungefähr 30. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann können wir in Schritt 6 gehen, in den Final Touch. Hier würde ich auf jeden Fall sagen, dass man den Vordergrund noch ein bisschen betonen könnte. Harter Vordergrund. Natürlich auch hier wieder die Stärke etwas zurückstellen. Finde ich sonst ein bisschen doll. 50% sollten ausreichen. Und den Hintergrund möchte ich dafür etwas weicher gestalten. Also gerade hier so den Himmel. Den mache ich etwas weicher. Und auch hier könnte man jetzt wieder sagen, Stärke reichen so 80%. Und ich möchte die Sonne noch ein bisschen verstärken. Das mag ich auch mal ganz gerne. Und dafür kann ich jetzt hier in das Masken-Menü noch mal reingehen. Hier habe ich jetzt die Maske Sonne. Und die kann ich jetzt entsprechend noch ein bisschen verschieben, dass die hier genau auf der Sonne drauf ist. So, und jetzt gehe ich hier wieder raus. Und ich zeige dir nochmal ein kurzes Vorher-Nachher. So sah das Bild vorher aus. So sieht es jetzt danach aus. Und all das mit der Preset-Toolbox bearbeitet. Mit ein paar Klicks und hier mit dem Stärkeregler. Wie gesagt, wenn du dich ein bisschen eingearbeitet hast in diese Preset-Toolbox, dann kannst du dieses Bild definitiv in unter einer Minute bearbeiten. Das habe ich dir jetzt hier nur mal ein bisschen ausführlicher erklärt, damit du weißt, wie diese Preset-Toolbox funktioniert. Aber du hast hier unfassbar viele Möglichkeiten. Du kannst im Prinzip jedes Bild so bearbeiten, wie du möchtest. Du kannst deinen eigenen Look drauflegen. Und all das, wie gesagt, mit dieser Preset-Toolbox. Das ist also die Preset-Toolbox 2.0, wie ich sie nenne. Und wenn du Bock hast, sie selber auszuprobieren, dann folgt einfach mal dem Link unten in der Videobeschreibung. Die findest du nämlich auf www.lightroom-system.de. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Und wie gesagt, wenn du die Lightroom-Formel noch nicht hast, das kostenlose PDF-E-Book, dann solltest du da sowieso auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ganz viel Spaß mit Lightroom, mit dem Bearbeiten und mit dem Fotografieren. Mach's gut.